Vers 40 Na tat asti prihi vam cha divi deveshu va puna sat vam prakriti jair muktam yad ebis yad tribir gunai Na weder tat dieses asti es gibt prithiviam auf der Erde va noch divi auf den höheren Planetensystemen deveshu unter den Halbgöttern va noch puna wieder sat vam existenz prakriti jair aus der materiellen Natur geboren muktam befreit yad das ebhi vom Einfluss dieser syad ist tribhi drei gunai Erscheinungsweisen der materiellen Natur Es existiert kein Wesen weder hier noch unter den Halbgöttern auf den höheren Planetensystemen das von diesen drei aus der materiellen Natur geborenen Erscheinungsweisen frei ist Erläuterung Der Herr erklärt hier zusammenfassend dass der Einfluss der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur überall im Universum wirkt Wir